Hey Leute zusammen, ich heiße euch willkommen zurück zum SCB. Ich hätte nicht gedacht, dass so eine große Schockphase dazwischen kommt, aber wir können jetzt endlich weitermachen. Ich danke allen erst einmal schon mal, die mit uns gemeinsam das Ganze ausgehalten haben. Ich hoffe, euch geht es immer noch gut. Ich hoffe, wir haben keine von euch verloren oder sowas an dem Virus. Und jetzt, wo die Maßnahmen wenig gelockert werden, kann man es auch wieder ein wenig ansetzen. Deswegen kommen wir gleich zum Punkt. Die Frist beginnt ab jetzt. Die zweite SCB-Frist, die ich versprochen habe, drei Wochen bis zum 7.7. Und bis dahin gelten die gleichen Regeln, wie auch schon beim ersten Einreichen. Also 16 Bar, Speed muss euch gehören, Yada Yada, ihr kennt das Ganze. Natürlich sollt ihr ein Video produzieren. Und auch wenn jetzt wieder die Frist losgeht, wir haben nicht die allerhöchsten Ansprüche, gerade nicht in der Quali. Ihr müsst da nicht übertrieben flexen. Wir können flexen, das hilft euch, aber ihr müsst nicht flexen. Die Situation ist immer noch keine normale Situation und deswegen bleibt es auch ein wenig bei der Regelung. Aber wir sehen schon mal nicht mehr den Challenge-Rahmen gefährdet. Die Qualis werden dann ab dem 11.7. circa hochgeladen. Wir hoffen, dass wir es bis dahin hinkriegen und das alles durchgucken können. Das heißt, da gibt es eine ganz kurze Pause dazwischen, aber eben kürzer als geplant. Und bis dahin werde ich euch hoffentlich mit Content versorgen. Wir haben noch die Jury vorzustellen. Wir haben einige Tracks tatsächlich. Wir haben einige potenzielle Vorbereitungs-Battles tatsächlich sogar, die sich dem schon stellen wollen. Und wenn ihr auf so etwas auch noch Lust habt tatsächlich, dann meldet euch auch auf den Discord im Teilnehmer-Channel oder direkt an mich auf Discord. Und wir können dann etwas regeln. Das heißt, auch da nutzt euch die Plattform hier gerne. Und ansonsten wird der Rest auch schön mit Stuff gefüllt. Vielleicht mit dem einen oder anderen Podcast, vielleicht mit dem einen oder anderen Thema. Und darum soll es dann eben auch gehen. Bis dahin allerdings. Wie gesagt, ich hoffe, es geht euch soweit gut. Gut, Leute, die die Quali schon gemacht haben, können eine neue Version einreichen, müssen es aber auch nicht tun. Für die wenden wir noch ein anderes Maß an als für alle danach. Ihr seid in einem anderen Ordner. Das heißt, da kein Stress auf jeden Fall. Und ich denke, die Community wird da auch relativ verständnisvoll sein. Gerade weil sie dasselbe durchgemacht hat wie ihr. Gerade weil jeder alles hier durchmacht. Deswegen, ja, es freut mich wieder hier zu sein. Es freut uns wieder hier zu sein. Die Turniere schon nicht freuen uns darauf, endlich weitermachen zu können. Und ich hoffe, ihr seid auch am Start. Also, teilt dieses Video und natürlich das Quali-Video weiter durch die Gegend. Weckt alle Leute auf. Das ist jetzt die endgültige letzte Möglichkeit, nochmal am STB teilzunehmen. Also, nutzt sie. Nutzt sie, Leute. Ich weiß, ihr wolltet es. Ich weiß es. Also gut. Dann bis zum nächsten Video. Das da schon bald kommen wird. Danke fürs Aushalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao und bis dann.